herzlich willkommen meine lieben ich bin wieder zurück ich bin wieder zurück in deutschland zweieinhalb wochen war ich im urlaub das heißt drei wochen insgesamt ohne training ich hatte aber eine schöne zeit geheiratet waren wunderbare zwei tage in denen wir gefeiert haben ich habe mich erholt ich habe gutes wetter genossen eigentlich genauso wie in deutschland ich glaube ihr hattet ja auch gutes wetter und jetzt gibt es wieder mal ein vlog mal magic arena mal league of legends also eine bunte mischung auf meinem kanal drei wochen ohne training der körper verliert natürlich ein bisschen körperspannung insgesamt ich habe mich heute gewogen habe ich anderthalb kilo zugenommen das ist ganz schön dadurch dass ich zugenommen hatte hatte einen kalorienüberschuss hat mein körper keine muskulatur kein gewebe abgebaut er natürlich ein bisschen gewebe zugelegt und leider lege ich dann immer ein bisschen am bauch zu ein bisschen an den hüften ein bisschen am po aber das kriegen wir alles wieder runter das ziel ist ja nach wie vor für dieses jahr handstand push-up das heißt nach wie vor muss ich ein bisschen abnehmen nach wie vor brauche ich die körperspannung und da muss ich mich langsam wieder rein fuchsen denn muskulatur habe ich nicht abgebaut aber warum ich mich insgesamt schwächer fühlen werde ist weil der körper koordinativ nicht auf dem besten stand ist innerhalb von drei wochen baut der körper ein bisschen koordination ab das heißt die muskulatur die man hat die setzt er nicht mehr ganz so effizient ein wie eben vor dieser zeit auf jeden fall werde ich mich da jetzt wieder langsam rantasten und für heute für das erste training habe ich mir eine challenge überlegt bei der ihr gerne selber mit daran teilhaben könnt 200 liegestütze 100 klimmzüge so schnell wie es geht ich werde euch die zeit später sagen einblenden wie auch immer auf jeden fall werdet ihr sie in diesem blog erfahren und ihr könnt gerne mitmachen und dann schreiben wie schnell ihr das geschafft habt allerdings ist das erst mal die basis 200 liegestütze 100 klimmzüge relativ sauber werde ich versuchen 200 liegestütze sollte gut gehen 100 klimmzüge würde heißen 10 x 10 das ist schon ziemlich schwierig vielleicht wird es dann eher sowas wie 20 x 5 also 20 sätze klimmzüge das ist auf jeden fall eine harte geschichte ich habe bock drauf ich mag solche herausforderungen ich mag challenges und gehe ich natürlich gerne an gerne wachse ich über meine grenzen hinaus ihr könnt gerne mitmachen schreibt dann in die kommentare wie schnell ihr das geschafft habt und das ist die basis also wenn ich das jetzt relativ schnell schaffe und dann bock habe noch ein bisschen weiter zu trainieren dann werde ich das ganze noch ergänzen aber ich bin jetzt kurz vorm fitnessstudio ich mache mich jetzt ran muss mir noch kurz umziehen bzw eigentlich nur die schuhe wechseln weil wir haben gutes wetter ich bin schon in trainingskleidung unterwegs also ab ins gym endlich wieder nach drei wochen challenge accepted dann dann ja Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe jetzt 80 Liegestütze, 30 Klimmzüge. Ich habe es mega unterschätzt, aber ich kämpfe. Ich kämpfe bis zum Ende. Und der Pump, der Pump ist gigantisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bei der Hitze höre ich kaum Luft. Ich bin jetzt bei ca. 25 Minuten. Es ist auf jeden Fall eine krasse Challenge. Aber Herausforderungen müssen einen halt auch ans Limit bringen. Und das tut diese definitiv besonders nach den drei Wochen Pause. Ich merke, wie das mein Kreislauf extrem beansprucht. Zwischendurch muss ich was trinken, muss wie gesagt Luft holen. Aber genauso soll es sein. Ihr seht in meinem Blick, ich bin müde, ich bin erschöpft. Aber es ist auch stolz mit dem Blick. Denn wenn man sowas schafft, wenn man sich selbst über seine eigenen Grenzen hinausbringt, dann zeugt das auch von einem selbst. Dann zeugt das vom Charakter, von der Willenskraft, von der Stärke. Und das liebe ich so in diesem Sport. Ich bin jetzt bei 160 Liegestützen, 60 Klimmzügen. Das heißt noch zweimal 20 Liegestützen. Und dann bei den Klimmzügen, bei den letzten nehme ich euch mit. Denn das wird nochmal ein harter Kampf. Da werde ich um jede einzelne kämpfen müssen. Aber genau das machen wir. Ich werde es packen. 200 Liegestütze, 100 Klimmzüge. Ihr werdet es auch packen. Kämpft, glaubt an euch. Und dann schreibt in die Comments, wie lange ihr gebraucht habt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, man sieht es. Ich bin fix und fertig. Aber es hat sich gelohnt. Hat Spaß gemacht. Endlich wieder Training. Ich habe 38 Minuten und ein paar Zerquetschte gebraucht. Die Challenge gilt. 200 Liegestütze, 100 Klimmzüge. Wer schafft es schneller? Schreibt es in die Comments. Sonne scheint. Sonne scheint. Wetter ist gut. Ich chill jetzt ein bisschen. Muss zwar später noch arbeiten. Ich habe fast einen Autounfall gefilmt hier. Aber auf jeden Fall gehe ich jetzt nach Hause. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen nicht vergessen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.